können wir gleich mit noch dahinten mitnehmen umso mehr einmal umso besser so hallo so und das der letzte weil es ein bisschen unsicher aber ich mache da noch mal wasser rein so der matze beginnt der matze beginnt 18 uhr 18 19 uhr und nicht wie spät haben wir es jetzt 15 uhr 16 17 uhr mache ich noch nicht das gold verliert viel gold oder hoch halt stopp was für spiel sind neue spielchen geholt wir hatten ja jetzt noch gemacht dass da und dann strafe ist das glaube ich das spiel doch schon ist wie kommt das ja richtig bock drauf aha das hat er nachgestorben oder wie ich das downstrafe zu gerne dass ich kenne das spiel vom angucken her kann ich ja aber so der joe möchte das also spielen ja der wird er seine freude haben spätestens nachts würde seine freude haben wer laufen muss bei deinem gleich wird der joe sein spaß haben erkennender spiel ja schon das hat er auch schon unzählige male durchgespielt ach ist ja cool kann ich die lichtschade betätigen jetzt ist aber finde ich nicht schlecht bis jetzt ein eimer umfasst nur um zu zusammen eine ganze ja das war mal wieder weitermachen war jona wir sind ja noch recht am anfang bei deinen leid naja ich ich weiß was du mir erzählen wird sexy das spiel wird ja noch schön von mir aus können sonntag weitermachen ich habe jetzt so sonntag nichts vor so der freilag der jetzt schon weg ist aber fast eine unze eine ganze ist ich habe schon gesagt sonntag nichts weiter machen dein leid Und Jemand möchte für mich arbeiten, na, zeig mal, wie der jemand drauf ist. Ah, 64%. Ich stelle ihn jetzt einfach mal an. Auf den Claim. Ich stelle ihn jetzt einfach mal an. Mal gucken. So, warte mal. Pass mal auf, da dürfte er jetzt hier angestellt sein eigentlich, ne? Hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Da werde ich hier nämlich gleich noch einen Wasseranschluss hin tun. Und dann mal gucken, ob er da wirklich arbeitet. Ich darf mich überraschen. Ich bin gespannt. Also, Belze. Mal gucken. Alles klar, Mariona. Ich bin gespannt, Belze. Ob er da wirklich arbeitet. Weil, wie gesagt, ich hatte ja auf einem anderen Spielstand, hatte ich ja auch, ähm, jemand angestellt und der hat komisch oder irgendwie nicht gearbeitet. Aber ich bin jetzt wirklich gespannt, wenn ich da so alles hinstelle. Hups, scheiße. Also, ich bin gespannt, wie ich da so alles hinstelle. Ich bin gespannt, wie ich da so alles hinstelle. Bibi, Mausi. Bibi, Mausi. Bibi, Bibi. Bibi, 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 Bibi. Ihr habt ja auch schon zurückgeschrieben. Bibi, 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 Bibi. Bibi, Bibi, Bibi. Aber Mariona dann musste nicht mehr arbeiten. Wenn du mal so eine Stelle hast, dann brauchst du nicht mehr arbeiten gehen, wenn du so viel Gold hast. Ich weiß nicht, ich finde Killer Delfin schön. Hört sich schön an. Es hört sich so anstrebend an, weißt du, so kraftvoll, würde ich schon fast meinen. Gold, 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 Gold. Das schöne ist, wenn du so eine Goldstelle hast, Mariona, du brauchst ja noch nicht mal, du brauchst ja noch nicht mal jemanden, du brauchst auch nicht mal selber arbeiten. Du kannst ja den Claim dann vermieten und sagen, was auch so und so viel gibst du mir ab von dem Gold, was du da findest und dann ist gut. 20.000 ist aber schon viel, du ist viel Geld, wenn du überlegst, was du damit mal machen kannst. 20.000 kannst du schon ordentlich was holen. So, warte mal, wir haben noch hier. 20.000 ab 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 aber ich habe ich 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 ich